Oh! Oh yes! Yes! Oh! Oh! Oh Gott! Herzlich willkommen zurück zu TinyNB! Jetzt haben wir wieder wieder zu meinem Entschluss! So, wir sind immer noch an der gleichen Stelle hängen geblieben. Ja, wie ist auch irgendwo passiert, ab und zu. Nun hat er gerade auch Schnitt. Sehr schön. Was ist denn dein Ernst, oder? Ich bin doch hier so seitlich. Rüber. Nice. Drecksstein. Muss ich nach oben oder muss ich nach unten? Warte mal, ich bin doch in der letzten Folge schon hochgelaufen. Aber unten sind die ganzen Steine, da werde ich wahrscheinlich nach unten gehen müssen. Heilige Scheiße, verdammt. Okay, ich würde sagen, ich bin richtig. Fuck. Oh, leck mir die Füße, Alter. Ha! Da hat er aber. Oh. 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 Also gehen wir mal hier rüber. Gucken wir uns mal an, bis wir... Scheiß auf die Steine. True Story, Alter. Oh, heieieieie. Ja, ja, ja. Jetzt schön, du kleinere Box. Nein, Mann. Danke. Ich scheiße mir jetzt mal komplett auf die scheiß Steine. Ja, wir haben aber noch ein Level vor uns. Eieieieie, scheiße war das knapp. Okay, ich muss hier rüber, dann muss ich hier runter. Ja, ne, ist klar. Ähm. Scheiße. Okay, das war schon mal nichts. Warte mal, ich muss irgendwie da... Ah, da komme ich... Nee, das wird scheiße, weil ich da... Ich komme dann mehr... Ich habe eine Idee, aber das Problem ist... Wenn ich das Ding jetzt kippe und ich stehe dort hinten, komme ich doch nicht wieder da dran. Runde und springen kann ich auch nicht. Wenn das zu weit ist, will ich dann sterben. Ich könnte das halbieren. Oh, heilige Scheiße. Könnte ich das halbieren und dann... Schnell, 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 schnell. ich brauche es gar nicht ich brauche das zu jederzeit sonst geht die Türen aber wo ist das ich Ich bin ein bisschen dran, aber ich bin ein bisschen dran. So, freier vernehmten Tod. Kann ich nicht einfach auf so einem Ding stehen bleiben und komplett runterrauschen? Scheiße, geht nicht. Oh, das wär's, Alter. Das wär schon geil gewesen, das wär schon geil gewesen. Was ist das andere Ding? Oder ist das der Plan, dass ich das machen muss? Kann das sein? Och, du heilige Scheiße. Das ist nicht der Ernst, oder? Das ist nicht der... Cool. Ich hab's gefunden. Ein Skelett. Kusch. Kusch. So, schiebe ich das Ding dort rüber. Oh, fuck. Nein, ich will das hier oben. So, das kommt direkt gleich so hier. Wirklich nicht. Dann beschreiben, das wird einfach so richtig eingesetzt, wenn ich den hier drauf tue. Das ist schuldig, lame. Und offen. Ja, true story, Alter. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ey, 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 ey. Okay, die fahren mal so weit runter, bis wir... Oh, cool, ein Tor. Nice. Oh, cool. 12 von 27. Ah, okay, 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 ich muss das hier... I... Oh Scheiße, okay Aber auf der anderen Seite, der Kleine Okay, neuer Versuch Und Aliop Und los geht's Okay, ich muss nur springen, das ist schon mal geil Ich glaube, das finde ich kommt raus, über Buster zu stolz Ja gut, man sollte auch vielleicht die Rakete nehmen, wenn eine Rakete dran steht Alter, wie schnell musst du das machen? Verdammte Axt Wir schaffen das, wir schaffen das Wir haben die anderen zwei Minispiele hochgeschafft Da werden wir das jetzt hochschaffen Ist doch alles kein Problem Da hat er nochmal den gerettet, würde ich mal sagen Springen wir gleich mal hier runter Zack, zack Oh, gleich, habt ihr das gesehen? Uff, geschafft Oh 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 scheiße hätte ich überziehen ich hoffe ich muss das spiel machen das spiel verarschen oder kann es sein ich ziehe extra den scheiß rüber ohne witz ich ziehe extra den scheiß rüber das ist so dumm hier scheiße das ist so dumm der ist wieder so ein seltsames gesicht das ist so dumm der scheiß rüber ich würde einfach mal sagen läuft bei mir was können wir denn hier zaubern komm mal mit das ding ja vorbei natürlich nicht es war zu einfach gewesen also ich muss jetzt Was ist das? Ich wollte da schon rüber. Ja, ich weiß, dass es zu weit ist. 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 Scheiße! Ach, dann leck mal doch die Füße. Ohne Witz. Dann gehe ich halt weiter. Ohne Witz. Ohne Witz. Äh, ich hab null bleiben, wo ich hin muss. Ohne Witz. Ohne Witz. Kann ich das Ding ziehen oder ist es mir zu schwer? Zu schwer, ja. Ohne Witz. 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 Oh, die Schelle kotzt mich so an, das ist der Wahnsinn. Ah, die Schelle kotzt mich so an, das ist der Wahnsinn, ey. Aha. Aha. Halt die Schnauze. Egal was aus dein Mund kommt, das ist Bullshit. Stabster am Ende entretmen. Ich könnte kotzen, die Stelle ist so beschandelt. Es ist so gedacht, dass die Steine den Weg markieren, oder? Ich hoffe, sonst ist die ganze Auber die ich gerade mache umsonst. Ich könnte kotzen. Ich komme weiter, verdammt. Oh, wie scheiße ist das denn bitte? Oh, ich könnte kotzen. Ich kenne extrem Brocken, äh, Brockenspeine. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der Stein ist mir scheiße getötet. Ich weiß aber jetzt ungefähr, wie es geht. Also wie es gehen kann, sagen wir es mal so. Was? Ich bin her. Du stink. Nein! 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 Hierher! Hierher mein Freund! Oh, shit! Das wäre jetzt das Super-GAU gewesen. Das! Alter! Du musst dir mit den Scheiß keinen Freunden sagen. Das ist auch schon sowieso. Alter! Ja, ja, ja! Oh, das ist... Das ist so... Das ist so... Das ist... Das ist so... Pistisch. Das ist so... Das ist so... Oh, das ist so traurig. Kann ich das in die Hochweg machen oder so? Das brauch ich. Nee, kann ich nicht. Das brauch ich für die Höhe. Kann ich mit der Höhe in die Höhe machen? Ist der noch nicht mehr auf den Fuß gefallen? Ah, 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 uah, hi. Alter, bleib ruhig. Bleib ruhig. Und mach den Scheiß fertig. Alter. Alter. Bleib tiefenentspannt. Du bist hier der Mann. Du bist hier der Mann. Du machst das alles wunderschön. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Halt einfach die Schnauze. Äh, Tiny. Halt einfach die Schnauze. Halt einfach die Schnauze. Halt einfach die Schnauze. Du bist der Mann. Halt einfach die Schnauze. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Gabi. Ja. Du bist der Mann. Ich würde sagen, läuft bei mir. Es gibt echt Momente in meinem Leben, wo ich mir denke. Warum eigentlich nicht gleich so? Und dann denke ich mir so, boah, Alter. Ah, ich muss da wieder hoch. Ich musste da wieder hoch. Ja gut, haben wir schon ein ganz schönes großes Stück geschafft. So eine Scheiße. Guckt euch den Weg an. Ja gut, im nächsten Part geht es weiter von Tiny and Big. Wir sehen uns beim nächsten Part. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja, ihr wisst Bescheid. Im Diensehaut rein und macht irgendwas Sinnvolles. Ja. Ja. Ja.